Am 13. November wurde die Bepflanzung des Schulplatzes vor der Oberschule Wittenberge durch fast 5000 Blumenzwiebeln ergänzt. In Anwesenheit von Peggy Heineck von der Stadtverwaltung Sachgebiet Umwelt halfen Schüler der Klasse 7-3 den Mitarbeitern der Gärtnerei Hering tatkräftig beim Pflanzen. Schon im kommenden Frühjahr sollen Kokosse, Narzissen sowie schwarze und weiße Tulpen blühen. Die Umgestaltung des Schulplatzes wurde im Vorfeld gemeinsam mit den Schülern und einem Landschaftsarchitekten geplant.